Hi! Heute zeige ich euch mal meine Lieblings-Fantasy-Bücher und Buchreihen. Und ja, vielleicht kennt ihr ja auch welche davon. Wenn ja, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Oder wenn ihr noch weitere Empfehlungen habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß! Untertitelung. BR 2018